Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder auf der Dürrenruhe zusammen mit dem Justin. Guten Tag. Wir haben mittlerweile den ersten von drei Juni Tagen. Das heißt, die Gerst ist erntereif und auch noch die Bergwiese sowie unten die Wiese bei den Hühnern und Kühen. Deswegen geht diesmal Justin für uns mähen. Hast du gerade gesagt, Kühen nennen und Kühen? Habe ich nicht Hühnern und Kühen gesagt? Ist auch egal. Auf jeden Fall geht Justin diesmal mähen, weil wir haben ja letztens erst gemäht. Dafür gehen wir diesmal dreschen und kaufen uns jetzt hier auch gleich noch die 65. Und wir haben gesagt, wir kaufen auch noch die 68, weil die so schön neben unserer 66 liegt. Jetzt, wo wir mal Geld haben. 99 und 96. Einmal kaufen und die auch noch. So. Genau. Dann haben wir die zwei auch noch. Und dann fahren wir schon mal mit dem Glas runter. Hier mit der Krambe. Damit wir dann gleich dreschen können. Justin ist schon unterwegs, ne? Ich bin schon am Mähn. Ja. Was machen wir dann Schönes mit dem Gras? Oh mein Gott. Fast das erste Mal mit dem Glas umgeflogen. Es wäre auch eigentlich klug, wenn wir heul machen hätten. Auch wenn wir heul? Könnten wir. So. All the time you're wasting. So easily persuaded. Life is flashing violet before you die. Are you gonna take it? Oh, 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 oh. All the time you're wasting. Pits and dumb and getting faded. Grains of sand in an hourglass. Time slips away so fast. A second hand ticks away Runnin' at a time 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020